ja 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 Leute hier sind Moritz und Daniel, wir spielen eine Runde Trouble in Mainville Ok, ja, es gibt einen Runde Trouble in Mainville wird sehr oft Let's Played, aber wir hatten jetzt auch mal Bock einfach ja, aber es ist schwierig ohne Premium ja, genau, wir wurden gerade wirklich Daniel wurde gerade, wo wir eigentlich anfangen wollten, direkt gekickt also ich wurde auch, Stichwort gekickt, sagen wir so also wir haben 3, 2, 1 und dann auf einmal wurde Daniel genau dann gekickt, als ich hier die Aufnahme mit dem Knopf gebrückt habe ja, Stalker, sag ich ja, also ich nehme auf hier der Moritz, ähm auch ASAP genannt? ja, ASAP heißt ich im Spiel ich glaube, wir sind jetzt auf dem da habe ich mir leckst gerade herbe wir sind hier auf dem das ist vor allem und dann mehr mehr und ich bin ein Spack in der Oben auf dem Brücken ich versuche jetzt die Ender-Chester werden zu bekommen bei der Lauer, ich bin gerade der Lauer und das leck zu übelst ich bin Eno! Lass mich! ich bin gleich tot warum? nur weil ich es ist, nur weil ich es ist alt und schwer nur ich bin eh ja, das finde ich übrigens richtig kacke, dass andere einen einfach kill nur weil er es eisenswert hat Leute, kommt schon seid doch froh, dass der aus eurem Team eisenswert hat ja, wer weiß, ob du würdest in unserem Team gewünschen was ist denn du? auch Eno hab ich gesagt das war eben so, ich bin gerade im Poster, wo bist du? eh, ich bin hier und bei der Lauer und ich hab ja, nee, ich bin mit der Lauer und ich hab ja, nee, ich hab' gar nichts, ich hab' überhaupt nichts, ich hab' weder an Bogen, ich hab' sehr schwer ja, toll irgendwie war die Zeit für mich ein bisschen kurz boah, bei mir leckts grad zu übel, ne, weil nur weil ich hier bei der Lauer stehe er tut mir leid, Leute ähm ich glaub' das liegt jetzt gerade auch nicht in meinen Fraps mein Fraps spinnt in letzter Zeit so der Atmaßen die 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 ja, ich bin oben, yay aber das Bogen gut okay, ich hab' benutzt, wo, wo das ist denn auf mich aber ich bin doch innocent, Leute, ihr seht alle, dass ich innocent bin in der Mitte der Sarenden und ich hasse random killer da und bei mir ruckelt okay, ich bin, ich glaub' jetzt hab' Richtung Tester und die sind ja noch 6 Leute ich bin grad beim Tester ich bin grad beim Tester okay, ich komm' bist du da unten? ja, das bist du okay ja, jetzt seht ihr auch mal Daniel hier ist dein wundervolles Kind willkommen, ich bin dies wohl brauchst du was? ja, bitte, auch geil, danke hier und das Bogen hat ich auch schon, aber ja, okay, kann ich schauen wir wissen, dass hier beide in uns sind oh, my damn bei mir leck zu hören Entschuldigung, halt der ist schuld, äh, in der ist er schon gewonnen deswegen auch schon okay, dann hab' ich wir sagen, wir hängen der Runde hinten dran ja, würde ich auch sagen, oh, bei leck boah, boah, boah oh, mein Gott, was ist das und ich bin sehr ausreichend ja, Leute und es geht weiter jetzt sind wir hier wieder drin nach dem in dem den 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 ich habe gerade fünfhundertfünf fünfhundertfünfzig kam aus der stelle mal mein Gott, das ist 555er kam aus der Bescheidung habe ich doch habe ich doch gesagt auch fünfhundertfünfzig nach fünfhundertfünfzig mein Späßchen würde es dann sein 4.380 ja, okay, du bist auch voll der Hecker, nein, nein, ein Spaß ja, Hacker ungespielt hier, ne, hm die Kenntnisse und Betrachter auch wieder mit also ich dachte schon ein ich mich so auf der Zielgruppe er macht nun übrigens falls es nur wissen will also heute ist um Donnerstag der 16.00 und es ist 21 Uhr 50 und es ist immer noch ein Gott hält aus dem Ort da sind die ganze Zeit und genau morgen geht ja Leute da bin ich wieder da gab es gerade im Zwischenfall ich wurde einfach gekickt und ich bin nicht mehr auf den Server gekommen bevor es angefangen hat ja jetzt gucke ich aber einfach Daniel mal ein bisschen zu wenn ich ihn finde scheiße ich bin unten am Tester ja toll auch dann fliege ich da jetzt einfach hin ich kann ja fliegen ich bin Zuschauer ja schöne Diamanten ja ich sehe dich okay Daniel ist Detective wow alles auf Videobeweis hier was hier passiert okay da hat jetzt gerade jemand gedealt das ist der andere Detective Theo Kohl ist 1998 die kennen wir aber nicht ja äh die Map ist Cabin in the Woods hat der Gericht dies nicht wissen genau die Trouble und ich bin der Daniel und ich bin der der erste Morgens der Kontakte und der Kameramann ja immer noch Daniel ist ja ist gut Daniel ist okay kannst aufhören die wissen es langsam glaube ich ich mag der Schöpfer da ist jemand den Töten, den Töten, den Töten, den Töten nein das ist ich glaube der ist oder ich weiß nicht ob das Traitor ne bestimmt nicht das ist Traitor hier ist glaube ich ein Traitor warte ich sehe gerade einen der ein der Herren ja äh hier Cole Mezzo, Cole Mezzo ist Traitor Cole Mezzo Kronen Kronen Neu da brennt er noch nie wo ich dann die Kronen zu Kleiner Wurste Konrad schafft der ist eine Prozent er ist egal zu verantworten Konrad schafft was ich so noch mal ich glaube die sind einfach hier im Wald rumgelaufen ein bisschen aber ich gucke dir einfach zu also es ist es langweilig Köln und es ist nun das Ziel den in den Kurs st st alles in die Welt und der war die Erzweiterung und die Kinder und die Teckte von den Köln dort ja so coolen Kohlmezzo Kohlmezzo es immer noch als das Schöne ich meine schon also würde ich jetzt mal behaupten weil er gerade einen einfach so geschlagen hat aber wie gesagt man kann man ja man kann sich ja mal täuschen Null was hat denn der Eisen spät ich bin wenn der sagt nein der Stein spät aber da rennt auch schon so weg zu demonstrativ sein links 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 andere Seite darum so ne das bist du gar nicht hoher Entschuldigung aber er hat es jetzt noch mal so Augenfall aber in der Form gewonnen und wer war es cool ich bin zwar auch nicht Kohle mit so gut okay gut dass du ihn nicht gekillt hast tut mir leid dann weiß ich aber nicht warum der den Radar geschlagen hat ihr habt es ja vorhin gesehen ja okay dann würde ich mal sagen das war es jetzt bin ich hier wieder in der Lobby und ja dann vielleicht bis zum nächsten Mal Tschö Jo tschüss